Das ist nicht der richtige Modus, um andere Menschen zu motivieren. Ich will nicht, dass Leute zu mir aufschauen, wenn ich ein Junkie bin, Bruder. Manche kiffen 20 Jahre und länger, die sind aber erfolgreich im Leben. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ein Mensch täglich Drogen konsumiert, über Jahrzehnte, dass das nicht gut ist. Der du wirklich bist, der bist du nur, wenn du nicht unter Drogen stehst. Viele Menschen sagen, dass Psychedelika ihnen dabei geholfen hätte, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe das Gefühl, dass ein paar Leute aus meiner Community einfach auch dasselbe Herz am selben Fleck haben. Und das macht mich immer wieder glücklich zu merken und zu sehen. Und einer hat gerade auch reingeschrieben, du gefällst mir viel mehr, wenn du nicht kiffst. Du wirkst direkt viel fokussierter und vernachlässigst nicht dein Training. Man merkt das direkt, finde ich. Okay, ja, ist ein... Also Training habe ich immer durchgezogen, egal ob ich kiffe oder nicht. Ich habe unter Drogen angefangen zu kiffen. Ey, ich habe unter Drogen angefangen zu kiffen. Ich habe unter Drogen angefangen zu trainieren. Die ersten Trainings habe ich immer bekifft durchgezogen. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Aber mein grundsätzlicher Vibe, das drückt mich halt ein bisschen runter. Was ich teilweise und manchmal auch vermisse dann, wenn ich aufhöre zu kiffen, dann bin ich nämlich... Ich bin halt ein sehr hektischer, hyperaktiver Mensch, der sich immer Druck macht und der immer unter einem gewissen Strom steht. Das Kiffen hat mir oft geholfen, einfach mal abzuschalten so. Aber bei mir ist es so, wenn ich täglich kiffe, dieses tägliche Kiffen zieht mich halt dann richtig runter. Nach einem Tag kiffen ist der nächste Tag noch okay und dann geht es auch wieder bergauf. Aber wenn ich danach den Tag wieder kiffe und dann den Tag danach wieder kiffe und dann wieder kiffe, da bin ich halt unten. Dann ist mein Kopf in so einem unteren Niveau und ich kann trotzdem weiter stattfinden. Ich kann trotzdem weiter performen. Ich kann trotzdem weiter Videos machen. Ich kann trotzdem weiter live gehen. Ich kann trotzdem weiter ins Gym gehen. Aber der Mut ist anders so. Ich habe das Gefühl, der richtige, echte Lovelock, der halt auch motiviert, der andere Leuten was mitgibt und so, der kann nur richtig am Start sein, wenn er nicht beeinflusst ist unter irgendwelchen Drogen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin auch dann nicht stolz auf mich. Ich bin auch dann niemand, der sagt, ich will, dass Leute zu mir aufschauen. Ich will dann auch gar keine Leute motivieren, wenn ich selber abhängig bin von der Sache. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, das ist der falsche Weg dann. Das ist nicht der richtige Modus, um andere Menschen zu motivieren. Ich will nicht, dass Leute zu mir aufschauen, wenn ich ein Junkie bin, Bruder. Sage ich dir ganz ehrlich so. Ich will dann ein gutes Vorbild sein irgendwo. Und deswegen habe ich für mich dann auch gesagt, Bro, du musst damit aufhören. Ich muss ganz klar hier an der Stelle zugeben, dass ich auch wieder einen kleinen Rückfall hatte. Bevor ich hierher gezogen bin, die letzten Tage, ich konnte so krass nicht schlafen, ich war so abgefuckt, ich war so gebumst, dass ich dann wieder gekifft habe. Zwei Tage wieder gekifft habe und das hat mich dann auch wieder krass runtergezogen. Und dann ist für mich noch richtig, also dann ist mir noch mehr bewusst geworden, dass ich auf jeden Fall jetzt aufhören muss. Ich weiß nicht, ob es immer ein Vorteil ist, das immer mit euch zu teilen. Ich bin halt so ein offener Mensch, ich bin für euch so ein krass offenes Buch, dass ich mich halt oft auch widerspreche. Das ist einigen Leuten schon aufgefallen, das wurden auch schon einige Memes daraus gemacht. Aber ich bin halt so ein krass offener Mensch, dass ich immer alles sofort denke, dass ich das mit meiner Community teilen muss. Ich habe irgendwann für mich mal beschlossen, wo ich angefangen habe mit YouTube, einfach alles mit euch zu teilen. Einfach immer offen und ehrlich zu sein und immer euch zu sagen, wie es mir geht. Und ich habe den Drang danach, auch das zu machen. Deswegen werde ich das immer mit euch teilen, aber ich bin halt auch immer noch nur ein Mensch. Weißt du, wie ich meine? Also auch ich werde heute was sagen und dann vielleicht morgen wieder was anderes denken. Und auch ich werde manchmal auch schwach sein vielleicht. Weißt du, wie ich meine? Manchmal auch irgendwie nicht mehr so krass am Start sein oder so. Weißt du? Das wird passieren, Bro. Aber das ist halt menschlich und das gehört dazu. Ja, Mann. Und ich habe das Gefühl, dass ein paar Leute aus meiner Community einfach auch dasselbe Herz am selben Fleck haben. Und das macht mich immer wieder glücklich zu merken und zu sehen. Deswegen danke für jeden Support. Ich habe es gemerkt unter den Videos, unter den Vlogs. Ich habe so viel Liebe, habe ich glaube ich noch nie gekriegt. Ich habe zwar viel, viel weniger Views, so viel, viel weniger Zuschauer insgesamt, aber ich habe mehr Liebe da. Ich habe mehr Leute, die halt wirklich mich verfolgen, die Bock darauf haben und die das Herz am gleichen Fleck haben. Und das ist halt nice. Das macht mich auch stolz. Und genau diese Community will ich halt auch weiter füttern mit gutem Content, Dicker. Ich will einfach mein Leben mit euch teilen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere sich da ein bisschen was mit rausziehen kann. Und das macht mich happy. Manche kiffen 20 Jahre und länger. Die sind aber erfolgreich im Leben, Beruf und Ehe. Und dann gibt es Leute, die abkacken drauf. Ja, ja. Also ich sage so, ich bin ein Typ, ich könnte das auch durchziehen. Ich weiß ganz genau, ich könnte das durchziehen. Aber ich bin so ein Idealist. Ich habe so ein gewisses Bild von mir selber und ein gewisses, ja, ich habe eine Vision. Und wenn ich merke, dass ich die unter einem gewissen Zustand nicht erreichen kann oder wenn ich dieses Bild nicht, wenn ich diesem Bild nicht gerecht werde so, dann fickt mich das selber. Weißt du, wie ich meine? Ich könnte auch durchziehen. Ich könnte auch, äh, 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 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, ich glaube, ich könnte mein Leben lang kiffen so. Aber dann würde ich nicht das erreichen, was ich für mich schon immer sehe. So. Anscheinend ja nicht. Das Weed bekommt ihr nicht. Du hast Nebenwirkungen, die andere nicht haben. Und das ist normal. Nee, Bro. Würde ich dir so nicht unterschreiben, Digga. Ja, ich bin der Meinung, dass jeder eine gewisse Art von Beeinflussung hat, wenn er täglich Drogen konsumiert und seine Psyche damit beeinflusst, dann bist du nicht der gleiche, wie wenn du es nicht machen würdest, so. Und das ist das Ding, was mich selber dann abfuckt, so. Ich habe keine Psychosen, ich habe keine irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt keine krassen negativen Effekte, wenn ich kiffe. Es ist einfach nur, dass ich mein eigenes Ich ein bisschen beeinflusse halt mit irgendeiner Substanz. Das ist genauso, wie wenn du säufst und das machst du täglich. Dann bist du immer ein anderer Mensch. Wenn du Drogen konsumierst, wenn du irgendwas nimmst, was, dann beeinflusst dich das als Mensch. Das ist Fakt für mich, so. Es gibt Leute, die damit klarkommen über Jahrzehnte lang, die jeden Tag kiffen und immer am Drogen nehmen sind und trotzdem erfolgreich sind. Aber Erfolg heißt noch lange nicht, dass die sich in ihrer eigenen Haut erstens wohlfühlen. Und es heißt auch noch lange nicht, dass sie nicht vielleicht sogar erfolgreicher wären, wenn sie aufhören würden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn ein Mensch täglich Drogen konsumiert, über Jahrzehnte, dass das nicht gut ist. Ich glaube, der echte Mensch, der du wirklich bist, der bist du nur, wenn du nicht unter Drogen stehst. So. Mal ab und zu. Die Dosis ist das. Weißt du, wie ich meine? Mal ab und zu zu entspannen. Ja, mal ab und zu ein Bier zu trinken. Ab und zu mal einen Joint zu rauchen. Alles cool. Aber täglicher Konsum von irgendwas, eine Abhängigkeit von irgendwas, bringt dich von dem, der du eigentlich bist, weg. Davon bin ich überzeugt. Oh shit, Tefek ist mit dem 20er wieder am Start, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Er schreibt, keine Drogen mehr, Leon. Ich sehe dich in Miami. Personal Trainer dort. Wäre doch was. Und nebenbei YouTube. In manchen Punkten bist du ein Vorbild. Und ich bin 38 und seit 67k dabei. Aus dem Ruhrgebiet. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Support, Bro. Richtig, richtig nice, Digga. I love you, man. Ich habe es im Herzen drin, Diggi. Ja, ist ein langes Thema. Aber ich finde es halt auch gut, dass wir darüber reden. So, keine Ahnung, Mann, Alter. Vielleicht nimmt sich auch der ein oder andere das als Motivation und sagt, ey, ich höre jetzt auch auf zu buffen. Oder ich versuche es mal für ein bisschen, für eine Zeit lang, weil ich schon zu lange wieder da drin hänge. Und das reicht mir schon. Weißt du, wie ich meine? Man kann sich immer irgendwie was mit rausziehen. Dieses Grrrr. Das ist mein neues Markenzeichen. Ich weiß keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich schwöre es dir. iPhone gut oder Standard wie alle anderen? Das Neue habe ich noch nicht. Gibt doch Neues, ne? Wir haben dich vermisst. Ribi, ich küsse dein Herz. Bist du Masse oder Defi, Bro? Beides, Bro. Viele Menschen sagen, dass Psychedelika ihnen dabei geholfen hätte, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ego tot und so weiter. Ego tot und so weiter. Ja, das höre ich auch immer wieder. Aber ich weiß nicht, Bro. Irgendwie glaube ich zu einem Teil daran, zu einem anderen Teil von mir sagt mir auch irgendwie, nee. Weißt du, wie ich meine? Weil ich weiß nicht, ob man wirklich Drogen dafür braucht oder irgendwas einnehmen muss, um sich persönlich weiterzuentwickeln oder sein Ego zu bekämpfen oder da aufs nächste Level zu kommen. Ich glaube, es geht auch, wenn du einfach selber dich selber mit dir beschäftigst, auf eine Reise gehst und dein Inneres erforscht und irgendwie versuchst, dein Inneres weiterzuentwickeln durch gewisse Sachen einfach so. Dinge zu verarbeiten, die noch in dir sind. Und ich glaube, das kann jeder von uns auch ohne irgendwas zu konsumieren. Nur müsste man sich dafür einfach mal auf diese Reise begeben auch. Selbst sagen so, ja, ich gehe jetzt auf die Reise und ich möchte innerlich irgendwie was verändern. Und dann gewisse Tools, die es halt gibt, dafür einfach nutzen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass du da irgendwie krasse Sachen jetzt einnehmen musst oder da in irgendwelche Zustände reingeben musst oder so. Ich weiß auch nicht, jeder, der, also Bro, ich sag euch auch Hand aufs Herz, jeder von den Jungs, die ich kenne, die den Shit auch genommen haben, so. Ich bin halt auch davon überzeugt, das hinterlässt auch teilweise Spuren, Digga. Weißt du, wie ich meine, so. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob diesejenigen halt vorher schon so waren, aber jeder, der mal so Psychedelics und so eingeworfen hat oder Sachen erlebt hat, die sind irgendwie leicht ein bisschen rausgebolzt manchmal, habe ich das Gefühl, so. Liegt vielleicht daran, weil ich es selber noch nicht genommen habe und weil ich das selber nicht bin, so. Aber ich weiß nicht, ob das nötig ist, weißt du. Hab heute noch optische Flashbacks. Jungs, passt auf mit psychedelischen Substanzen. Ja, stimmt, dass es einem hilft. Hab dadurch zu Gott gefunden, die Entstehung der Menschheit visionär gesehen, aber habe bis heute noch optische Flashbacks. Ich weiß nicht, ob du es ernst meinst mit dem Namen Tony Montana, aber ja, ich, also ich habe mich mit Leuten auch unterhalten, die das schon genommen haben und danach voll auf dem Trip waren und voll krass davon berichtet haben und so, die dann am Ende des Tages noch Sachen von mir gelernt haben über das Leben und über innerliche Zufriedenheit beziehungsweise die Reise in sich anzustoßen und so. Weißt du, wie ich meine, so. Ich habe nie das Gefühl, dass das jetzt dafür sorgt, dass du danach auf einmal komplett irgendwie, keine Ahnung, alles verstanden hast, wie manche Leute sagen, so. Ne? Leon, mach mal Bizeps Flex, ja. Bizeps at it, man. Weißt du, wie das läuft. DMT hat mich hart geprägt. Ganz andere Erfahrungen als Magic Mushrooms. Bruder, keine Ahnung, Bro. Ich bin da raus, Bruder. Ich bin da echt raus, so. Keine Ahnung. Ich habe mich schon mal mit dem Shit beschäftigt, aber das hat mich dann doch wieder, also mich hat irgendwas innerlich dann doch wieder davon weggetrieben und aktuell bin ich jetzt, bin ich gar nicht mehr mich daran am beschäftigen, ob ich mal sowas nehmen sollte oder nicht. Ich habe bis jetzt immer, immer bis jetzt komplett die Finger, also die einzige Psychedelics, die ich eingeworfen habe oder die ich genommen habe, war halt Gras, so. Und ja, Bro, alles andere, ich habe da viel zu viel Respekt vor. So. Ich habe viel zu viel Respekt davor. Und ich bin eh schon so, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin spirituell eh schon so auf einem krassen Level, wenn ich einfach mich nicht so viel von den, von diesen Ego-Sachen, die mein Ego haben will, wie zum Beispiel Frauen, Drogen, Alkohol, wenn ich davon einfach Abstand halte, dann komme ich selber in so einen Modus rein. Ich habe ja mal versucht zu fasten und in der Zeit, Bruder, da habe ich mich echt übermenschlich gefühlt so. Und da habe ich Erkenntnisse gemacht und wenn ich mir Videos reinziehe von der Zeit, dann fühle ich mich auch richtig krass da so. Also ich glaube, ich bin eh schon auf so einem krassen Level, dass wenn ich sowas nehmen würde, das würde halt auch, könnte sehr, sehr viel auslösen so, ne? Könnte sehr viel auslösen und I don't know, I don't know, ob das gut ist. Wenn ich deine Videos ansehe, fühle ich mich wie im Urlaub. Danke für die Vibes, ich kiss dein Herz. Dankeschön, Bro. So, Freunde, wir ziehen uns mal ein Video jetzt rein. El Speziale.